so leute herzlich willkommen zurück zu altes live mit live und ja wir sind gerade auf dem weg zum waffentransport wer die letzte folge nicht gesehen hat guckt da unbedingt noch mal rein das war mega krass kleine schießereien mit drei anderen gangs haben wir so ein typen geholfen hier verfolgt drei gegens also irgendwie drei leute da gefühl du musst dich lang rechts ja mein markierungen immer noch da ist ein schaden 137 1337 wer geil ja mal schauen vielleicht haben wir aber ich denke du hast gedacht ich bekomme leon die fähler nicht hin also dann musst du dieter schreiben das war lieber nicht den fahrer ist gerade gefühl weil er sind eben zwei gangs großen gefahren schon weil ich jetzt also ich habe 200 chaos gegeben und was ging auszupacken ein raum irgendwas aus oder mit die leute ja wir fangen können da unten an die tankstelle machen wenn was groß ist meine es ist denn was groß ist wir können mich die tankstelle du könnt ihr ausräumen vier präzisten ich muss erst mal was einkaufen hier abschließen kannst du machen was du hast keine schlüsse erholt ihm meine schlüsse fangstelle laden wegzuhlkästen kaufen kann man schlüsse schnell dass hilfekästen kaufen 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 da kommt nicht aus dem menü raus äh wd sag was mineralwasser immer schlüsse habe ich doch schon ja ja kaufen 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 die fliegen dahin ja natürlich fliegen die dahin es ist ja die fahre nicht hin die fliegen hier noch was solltet sie nochmal geschrieben gerade oder was ja gibt es hier unten eine bank oder ist das eine tankstelle er ist ein bank also meinst nicht aufbrechen erst ab acht personen oder so geht es noch gar nicht er geht hier die tankstelle noch gar nicht dankstelle ausräumen können wir ab hier kass ist leer ey ich habe gerade eingekauft was soll dieses betrug wo ist unser geld dann lass uns mal am nix zum nächsten weiterfahren sicher die ist richtig nah an der dings dran egal da ist das polizeioportier irgendwas in der nähe direkt also ja wir kommen weg schöner ifrit bitte wir kommen heute vor allem ab bevor wir überhaupt da sind sind wir weg kommt drauf an was für eine polizei guck mal vier polizisten und wir haben noch ein paar gangs die wir anschreiben können ich frage mich immer noch wie die andere ist mit der du da mal eine zeit lang geredet hattest Lava da, ja Lara Lara irgendwas haben die gesagt dass die das ist mit den behinderten Kindern hatte die, ja ich habe das ja gar nicht mitbekommen was ihr euch da alles erzählt habt also die behinderte Kinder ja ok fahr mal hin in Perspektive boah das sieht das geil aus ist noch eine Tanksteuer ja ich wollte gerade sagen Marienkäfer na schau hast du die Türen nicht so gut aufgehen bei dem Fahrzeug ne ja weißt du auf dem einen Server war das glaube ich oder go 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 live aber das sollte einfach mal auf dem Map gucken da hinten werden Tankstellen überfallen bereits hier hin also werden wir wahrscheinlich schon überall überfallen haben ne ah bleib in der Nähe ich lass die Karre offen ne damit es schneller geht ok doch schon äh Fahrzeug oh ach mir hab ich so angst hier hey du bam ich knie hier schön vor dem schönen Auto dein Fahrzeug ist offen oder? wat? dein Fahrzeug offen? ja gleich kommt die Polizei hin, steigt ein und fährt weg einfach kann man mal machen ne der Kassierer hat die Polizei alarmiert was? der Kassierer hat die Polizei alarmiert was für ein Kassierer hier? ja 30% ey hier gibt's noch ein ab wieviel kann man Bankautomaten klappen? hab's immer noch sechs Polizisten sind fünf die kommen online weil überall äh zwei Tanklemmen werden natürlich ausgeraubt gleichzeitig unten hast du geschossen? sorry ich brauch den nur hier ich bin zu breit für das kleine Ding da daneben auch noch ausgeschossen ja ich weiß ja ich kann ja mal alter ich tank mal zwischendurch ey ich raub die Kasse aus und du tankst ja ey alter von was geht ein Opfer? das tanken geht auf mich ja der Typ hat wohl noch gefarmt dieser Seikei oh hm guck mal in Sideschat der raubt nen Typ aus 6 Sekunden tot 70% easy eigentlich könnt ihr ja gar nicht wissen dass wir die ausrauben hier ne? ne ich glaub ich stehe auf dem Verhandlungssystem stimmt naja kann ich mir nicht vorstellen wer soll ja hinterher wissen aber du bist ja extra maskiert da steht ja dann immer maskiert ohja hast du auch wieder recht ich konnte die durch die Tür hinten reingestürmt von hinten ne? wo ist jetzt mich jetzt auch hin wie lange brauchst du noch? mach mal schneller äh 88% 88% hast du schon? wo ist denn die nächste tankstelle? 92 93 94 wir werden hier so aufsitzen ein Polbus ist die nächste tankstelle ne will ich nicht unbedingt ausrauben kann ich jetzt nicht nachvollziehen also weil das polizei operatieren hier ist ok oh mein gott 15.000 gehören 15.000 lexler schnell einsteigen bis abfahren halt haben wir deinen ausparkgeld wieder raus ja wir machen das jetzt so lange bis ich das geld wieder habe also ähm ähm über 10 mal einfach 15 mal ja vielleicht sind wir so hier äh äh dings ey wir können da ja hin wenn die alle wieder wechseln vielleicht lassen die ja was da ne glaub ich nicht kannst du denkst ja auch wir fahren halt wir fahren hier schon wieder zurück ja das werden die sein wieso fahren wir eine SafeZone da hast du SafeZone sind die mit dem Orca geflogen? ne ja das glaub die hatten aber auch einen das war halt hünftig gehören halt ich mal an die Straßenregel tut mir leid ja ja der wäre mehr festgenommen werden soll ne wir wollen geblitzt ne ne Fred Geschwindigkeit 60 wow 10 km war zu schnell rechts rechts dich erst mit dir ausrauben wollen du ok dann packen wir direkt vor der Tür hier hört man halt dann falsche Seite ich muss nochmal tanken wow oh ich muss mir die Tür machen Junge ich kann die nicht ausrauben ich kann auch nicht ausrauben wie geht nicht guck mal vielleicht kann ich hier ausrauben es geht nicht oh Polizisten 7 Leute ich steig ein gibt es hier irgendwo ein Bankautomat ja aber die kann man auch nicht ausrauben in der Stadt geht das nicht das sollte das ist in der Stadt ja ist ja voll dumm weil die Safe Zone Stadt das ist nein das ist keine Safe Zone Stadt hier ist keine Safe Zone da vorne ist die Safe Zone doch ja da vorne aber nicht hier bei einer solchen Stadt geht es nicht äh los du dich mal zur nächsten Tanke äh ja richtige Richtung ein bisschen weiter links fahr mal querfeld ein so bisschen weiter ich hab nur auf dem Map bisschen weiter ja so passt es ja kommt auf die Straße hinten kannst du auch ein bisschen weiter rechts fahren ne da sind Häuser ja sind wir schon fast hinten an der Dings na na viel auf geht's aber in der Wachstum oder so wie viel kann man es ja machen ne alle Leute ist es teile ich so geil hier die Straße folgen wir müssen mal zum Juwelier fahren eigentlich ne ne weiterfahren wieso beim Juwelier ja da wird Golf verkauft nein nicht die Straße nein da wird ein Stück Muck verkauft links ja Golf wird dann aber auch verkauft Lenden ist in der Hauptstraße oder Golf wie viel ist das wert nicht viel ich meine hallo besser als nichts du bist ganz schön leise besser als nichts danke ja da können wir auch Kupfer überfallen nein da darf glaube ich keine Nubes überfallen das meinst du ja wie weit denn nach du wärst viel zu weit links haben wir wieder rechts 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 recht ey war das nicht irgendwo wo wir ganz früher mal diese Schießerei hatten ja ich glaube als Cops noch müssen wir allerdings noch minimal ist aber nur da ist ein Stein ja da sind auch Steine über die springe ich hinein ja das ist gerade aus ok war es zu halt links war einfach gerade aus war einfach gerade aus da kommt es auf Straße und einfach rechts wir sind gleich hier im Ort Chalkaya ichs wir sind in Chalkaya und wenn wir weiter gerade ausfahren wären wir im Schwarzmarkt kann man den ausrauben Schwarzmarkt nein du kannst Leute ausräumen mal ja die würde ich da aber nicht ausräumen die da was verkaufen ne erstmal zum Schwarzmarkt fahren ich will gucken ob man da was kaufen kann ja ok erstmal tanke erstmal tanke also die Handbremse ist nicht ganz so gut da hast du tanke also die Handbremse ist nicht ganz so gut aber wir schenken immer noch den Falschneider aus oder? seh hihihi 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 immer noch der letzte auch? ja hihihi hihihi die sieben Polizisten sind glaub ich ein bisschen überfordert äh überfordert ach meinst du? seh ich gar nicht so ne schon wieder 162 Dollar getankt ey wie hihihi 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 ja das sind doch Smokes mann hihihi 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 das Klaus sieht wirklich voll giftig aus bisschen Nervengas hihihi 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 noch Mini-Granaten Rauchgranaten Rauchmunition blau Leuchtmunition und Rauchmunition grün hey du musst mir aber dann noch was von dem Geld abgeben ne? ja du kriegst die Hälfte Junge hihihi 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 ohja draußen schneid's und wir zocken hier in der Wüste ey der schneid gar nicht bei mir schon und das obwohl ich nur zwei Kilometer von dir weg wohne wenn überhaupt ja wo ist denn die nächste Tanke? da unten kommt ja gar keine mehr doch da unten in der PvP Zone ist noch eine da fahren wir nicht unbedingt hin? ne? warum nicht? weil da ein Flugfeld ist ja und? die Waffenküsse ist da noch die wird schon leer sein denke ich mal ja deswegen können wir ja mal hinfahren nein ich will meine Waffen nicht verlieren ja letztes mal war die Suft teuer? du brauchst das Geld und wir lehnen den Ifrit an ok das ist das was wir probieren ja hast du die Granate gehoffen? oh bist du blöd alter die Granate? ich hör noch tick 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 ja schon jetzt kommt die Polizei SSK Kommando mit ich kann mir nicht mal die Tür geöffnet hallo ja die war ja auch abgeschlossen oh scheiße 15.724 naja stecker alles zugesmoked hier du Smoker aber diese Smokereen jetzt schon falsche Richtung sind voll geil finde ich aber den Vater wollten wir recht wie immer ne? wie immer recht Leute das ist natürlich alles nur Spaß nicht dass da irgendwer was falsch versteht wer keinen Spaß versteht da ist hier vielleicht ein bisschen falsch links oder rechts? weil ja rechts warte aus schon die Wand fliegt nett ne fahr mal in der Wand vorbei wir sind nett